glaube ich erledigt der hat sich erledigt dafür sollte mich doch mal heilen kann ich gerade mal machen habe die zeit das hatte ich das hatte ich das hatte ich kann zum neuen formel wird sein also ja auch den ball noch die empfindung im haus war ja halt nichts mehr wo soll er sein und es hier oder so oder hier ist was die kugel ist da okay gut dann holen wir uns mal die zweite schädel teilen gedrückt keine ahnung mit wend das war dann da vorne schon kugelsonder mond warte mal kann man überhaupt verkacken ich spreche aber ich noch mal hier oder ja doch ich spreche mal hier die haben hier wieder was in der halsbrücke sehen oder finden gerade mal so ein oh die ist hier lol ok wie geht das er kann auch wir sich zwar auch nicht auch okay also wie geht das noch nicht so nicht ich 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 jetzt ich ich nicht nicht stromlitz und ok davon 3000 leistungen doch bestechen oder wird ich habe es aber da wollte ich über die passiert doch erst rauskommen lassen vorher wird nicht nervig so gut also zeit gehabt ja noch und mit mir und mit dings hier und so gefunden schätzung sehr wertvoll mehr steht dazu nicht kombinierbar etwa kombinierbar okay so weit doch gar nicht zu okay das vielleicht was ein arsch doch ich finde ich zeit sie die auch meine neuen waren oder glass sein und tödlich einfach okay ja habe ich 840 wer ist aber der ist mich zu machen hat sich im größe auf 6 bringt der schluss wie das teilt rückstoß ich brauche wenn ich mal an okay sind verstehe was gut fünf habe ich davon habe ich zwei mit 45 schusspistole nett hab ich halt nichts drei schuss haben und nicht haben hals und beinbruch heute auch die schnauze ich komme jetzt erst mal hier und daran wohnen da ähm dietrich flint munition damit halt umgehen verdammt wie komme ich denn auf die andere Seite von dem scheiß Tor mal hier lang gucken das habe ich jetzt halt da und wie hinkommen würde drei Sprüge dann bist du oben drauf aber nee ich kann das nicht die Tür ist das auch einfach mal spontan zu für immer ok warte mal wow warte mal oh cool sehr geehrte Besucher aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen wer ihn braucht möge sich bitte bei mir melden grüße joseph simon gärtner des hauses blubi blub das wäre ein verschlossener Schupfer oder so 27.09.17 warte mal 27.09.17 27.09.17 27.09.17 das war gerade komisch ähm really das was einem sofort als erstes ins Auge sticht ist das was denn hier auch drin ist lol lol oh cool äh zack teils ausrüsten nett äh schluss jetzt im magazin das ist gras was ist hier noch und was ist hier noch ist noch mehr jeweils jeweils nichts geht's nicht auf ist auch nichts weiter tolle Werkzeug auch nichts weiter da geht's auch schon sehr merkwürdig aus gut und haben wir das auch geklärt okay das ist dann das erstmal Dietrich wow jetzt fängt jetzt fängt alle Dietrich erstmal oder wie ich konnte damit leben sagen wir mal so ich bin jetzt nicht so nur schießpulver 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 da ist uns nichts weiter okay kombinieren und der kopf ich habe eine puppe creepy creepy nur das war das und das da oben kann ich jetzt noch die Dietrich benutzen ähm nix im haus da ah geht's ja durch hoffen umrührung mit sicherheit leichter wäre sogar noch aber gut oh das war das oh das war das zack holle die tonne an fliegenpatronen jetzt hier oder fünf wochen nicht findest findest du viel Schlag jetzt hier ne äh blau ja gut ist kacke natürlich das habe ich da komme ich nicht ran warum auch immer ich nicht dahin darf ähm Schatz beim Fluss kannibalenbeuter schatz unter der festung moros versteckte waffe waffe in der wassermühle Donners Kleinod 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 Hm wie es aussieht muss ich jetzt halt wirklich aktiv weitermachen ne weil ist halt nichts wo ich irgendwie ran komme ähm siehste kann jetzt noch mal schauen ob das vielleicht spontan aufgeräumt wurde das wäre jetzt natürlich krass das geht das wird die 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 hier lang okay habe ich halt nicht auch spiel dafür nicht weiter wegen ist so was die fischer als gut als dumm von mir da unten musste klang vom friedhof ich bin jetzt mal spannend ob ich da irgendwas finden kann das wird jetzt da hoch oder nicht dass er dicht sobald hier sein oder ja komm ich muss da warum ist man orientierung sind so viel arsch so kommt man nicht durch hier lang mit ersten kinder fahrt ach genau hier dran vorbei ja da war ja was oder mal gibt es noch gleich okay schade kurzes zwischen speichern geht das nicht schnell dann vergisst man schon doch dass er pläser 5 ist keine viecher diesmal der ton kacke bedeutet wird bis zum ende spielst nicht alles finden können also als abblüten können dann lasstet man scheiß dietrich oder so sein schlüsse da kriegst du keine kauf dem spiel ist halt schon nicht so toll wahrscheinlich bis ich gerade durchgelaufen bin bei meinem glück muss hier ist rot nächstes mal noch rot man macht doch mal die scheiß tür einfach auf das ist doch nervig wollen wir es noch gut was schauen wenn ich jetzt hochgehe und ich glück habe so bloß ein gesungen vorhin geschlosserte kaputt schießen kann seht ihr die teubere von hier na nicht da genau hinter genau da drüben und ich hatte eine reihe echt gar nichts ne kacke und dann willst du da natürlich rennen schluss schluss morrow ist hier links lang hoch händler genau wie heißt denn mal achim soll ich etwas für dich aus mir du sieg nicht auf der kraft ist schon komplett hoch die puppe wird auf jeden fall los werden dank dafür sehr wertvoll das ist aber cool aus ok hat er schon mal kult in der hand nein nein ich kaufe es dir gerne ab ok es ist ein gutes geschäft tut mir schluss wie vorher naja muss ich gar nicht einsetzen oder ok da war ich muss ich bloß mal da hin oder ok gehen wir mal hier lang einfach nur die freundlich ich bin schwer verletzte lange halte ich nicht mehr durch ich höre ihn draußen auf und abgehen er hat nicht mal gezuckt als ich auf ihn geschossen habe und jetzt spielt er mit mir das ist kein normaler wolf aber ich vergrieche mich nicht wie ein feiger hund wenn ich es zur alten wassermühle schaffe kann ich ihn stoppen ich kann dich beschützen es ist ja nicht es ist ja nicht weit verdammt mir so kalt ich kann meine beine nicht mehr bewegen es tut mir leid luisa bitte vergib mir ah ja